Moin, Servus und herzlich willkommen liebe Wikinger. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aber ich habe heute leider mal schlechte Nachrichten für euch. Bei aller Vorfreude auf das kommende Addon, Zorn der Druiden, müssen wir leider feststellen, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis es kommt. Soeben wurde offiziell bekannt gegeben, dass das DLC Zorn der Druiden auf den 13. Mai verschoben wurde. Vielleicht bedeutet das aber auch für uns was Gutes und Ubisoft versucht noch, an dem DLC weiterzuarbeiten, damit wenn es pünktlich zum 13. Mai, wenn es dann dabei bleibt, uns ausreichend Spielfreude bieten kann und hoffentlich zum Anfang nicht mit diesen Bugs, die wir von den anderen Updates kennen. Das war es heute schon von mir. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens zum Start des DLCs wieder. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.